Hallo und herzlich willkommen zu AO International Tennis. Wir sind in der letzten Folge kläglich an einem Onlinespiel gescheitert, aber ja, passiert. Wir spielen jetzt die Australian Open und schauen wir mal wie es weitergeht. Wir müssen uns einfach auf jeden Fall weiterentwickeln, wir müssen trainieren, ich muss besser werden. Auf jeden Fall, ich habe jetzt drei Matches insgesamt gespielt und ich muss auf jeden Fall besser werden. Also es kann nicht sein, dass wir jetzt hier die ganze Zeit verlieren, aber es ist normal, am Anfang ist es normal, dass man verliert. Man muss ja noch lernen, wie das Spiel funktioniert. Das Timing ist ganz wichtig, das muss man sich aneignen. Und ja, gucken wir mal, welche Spieler wir nehmen können. So, wir spielen jetzt die Australian Open und eben ist das Spiel abgestürzt, ich weiß gar nicht warum. Ich kann es leider nicht erklären und wir nehmen jetzt eine Spielerliste, die ich erstellt habe, mit den ganzen neu hinzugefügten Spielern und wir nehmen Djokovic als Spieler. So, jetzt fangen wir mal an. Wir sind auf 9 gesetzt. Okay, dann kann es mal losgehen. Hier Djokovic, das sind wir, den nehmen wir. Dann kann man das Outfit lassen. Wir spielen gegen Broserpio Conti. Und los geht's. Wir spielen im Melbourne Park. Warte, Sätze pro Match. Wir machen Einsatz. Schwierigkeitsgrad. Ich will wirklich hier. Wir spielen hier auf Semi-Pro. Ich möchte besser werden. Statt dass wir auf Amateur spielen, spielen wir auf Semi-Pro. Und wenn wir besser werden, erhöhen wir Schritt für Schritt den Schwierigkeitsgrad. Aber ich gewinne nicht mal auf Amateur. Trotzdem spiele ich das auch für Semi-Pro. Das ist auch, glaube ich, nicht die klügste Entscheidung von mir. Aber okay, wie viele Spiele pro Satz? Sollen wir sechs Spiele machen? Ja komm, mach vier, okay? Dann dauert es noch nicht so lange, das Match. Alles klar, Djokovic. So, wir sind im Gang. Wir gehen ganz konzentriert und fokussiert, aber auch ruhig sind sie auf dem Weg in die Arena. Geil, irgendwie geil gemacht. Komm, ich warte hier mal. Ich warte noch, bis sie mich reinrufen. Hey, oh! Australian Open. Danke, danke. Vielen Dank. Ich habe euch auch vermisst. Ah, wirklich schön. Das ist richtig schön designt. Für ihre eigene Arena haben wir auf jeden Fall den meisten Aufwand getrieben. Okay. Dann ziehen wir gleich durch. Kopf oder Zahl? Ich bin für Zahl. Ah, er hat gewählt. Ich durfte gar nicht wählen. Ich habe Kopf bekommen. Und? Ah, er hat gewählt. Aufschlag. Alles klar. Dann wünsche ich dir ein gutes Match. Conte. Aber ich werde dich jetzt vernichten. Alles klar. Viel Spaß. Los geht's. Komm. Hoffentlich sehe ich den grünen Punkt jetzt besser. Ah, jetzt besser. Unterflutlich sieht man die grünen Farben besser. Komm schon. Aus. Ah, war der knapp. Challenge. Challenge. Ah, Mann. Da war aus. Abgelehnt. Okay, Conte. Der Punkt geht auf dein Konto. Ja. Das nenne ich mal ein Return. Super Joker. Zurück an den Absender, bitte. Mann, wieder rot. Und es vibriert dann ja jedes Mal. Ich weiß nicht, wann ich schlagen soll, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, war der schlecht. Konzentrier dich. Okay, okay. Orange. Rot. Mann. Grün. Ja. Wenn er grün ist und festgeschlagen ist, dann hat er schwieriger, äh, hat er weniger Chancen. Der war perfekt platziert ins, nennen wir es mal, Lattenkreuz. Okay, Conti. Komm schon. Gib's mir. Ah, rot. 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 Mann. Immer rot. Okay. Grün. Hellgrün, aber auch okay. Hey, 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 hey. Warum hat er sich nicht bewegt, Baby? Aufstand, Jockey. Grün. Ja. Ein unerzwungener Fehler. Sehr gut. Wir bringen ihn dazu, dass er unerzwungene Fehler macht. Also durch unser Spiel zwingen wir ihn eigentlich, wir setzen ihn unter Druck und zwingen ihn eigentlich dazu, dass er einen Fehler macht. Aber das heißt unerzwungener Fehler. Ah, aus. Okay. Vorteil. Oh Mann, ich habe die meisten unerzwungenen Fehler. War auch ein schlechter Return. Glück hat er den ausgemacht. Kaum schon. Oh Mann, zu Glück hat er den angenommen. Der ist aber... Nein! Ach, okay. Wir machen das. Wow, war das schlecht. Risiko. Hey, warum geht denn der jetzt aus? Ich habe gedacht, die Markierung geht nur innerhalb dieser Dinge. Wieso waren der jetzt drin? Ich verstehe es nicht. Wow, was in mir zu hören. Komm, stopp ihn mal. Bam! Komm, lupf ihn rüber. Oh, er hat ihn. Okay, okay. Wow, wow, wow. Okay, ich schmecke den jetzt in die Ecke. Wo steht denn der? Mann, was war denn das gerade? Wieso bleibt er einfach stehen? Er hat sich gar nicht mehr bewegt, eben. Guck, er blieb einfach stehen, irgendwie. Was war denn das für ein Hänger? Ich verstehe das nicht. Oh mein Gott, war das schlecht. Das war das ein Schlag. Und dann noch ins Aus. Und dann noch ins Aus. Mann, immer, immer, immer diese scheiß orange und rote Bälle. Komm schon, Jocky. Wow. Wow. Komm schon. Oh mein Gott. Challenge. Oh mein Gott, war das aber eindeutig. Ein Breakball hatte der gehabt und den hat er auch gleich verwertet. Okay, konzentrier dich doch mal jetzt. Also bei Topspins 4 habe ich nicht so viele Probleme gehabt mit dem Einarbeiten. Aus, 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 aus. Ich krieg schon ein Herz. Rasen. Was, der war nicht bei uns, oder? Winner. König der Spins. Der König verlieren. So. Aus, aus. König ist aus. Mann. Nein, 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 nein. Wow. Du Glück, er werde nicht gechallenged. Okay, ich muss dieses Spiel machen. Wenn es an 3-0 liegt, man, bin ich total unter Druck. Nein. Nein. Wenn man schon dafür redet. Gonti. Aus, er ist gechallenged. Aber er ist daran gescheitert. Okay. Die Schiedsrichterin hat einen geilen Sitz. Nein. Ja. Nicht aus. Okay, ein Stand, sehr gut. Oh Mann, ich bin gerade voll aufgeregt. Wow. Der hat gedacht, er wäre im Aus. Challenged, er. Nein. Okay, ich habe Breakball, geil. Komm, verwerte ihn. Guter Return. Aus. Ja. Ja. Okay. Wellenbrecher. Okay. Okay, weiter geht's. Okay. Oh man, hoffentlich ist es der der Turning Point. Vielleicht ist es die Wände. Oha! Hä? War der Maus? Hey, was ist los? Warum hängt das gerade? Hey, ich hatte gerade einen Bildausfall. Was war denn das hier? Komm schon, in die Ecke. Komm schon. Lüpf ihn. Er hat ihn, er hat ihn, er hat ihn. Nein, 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 nein. Wow. Komm schon. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Komm schon, schick in die Ecke. Oh man, aus. Feige. Genauso. Lüpf ihn rüber. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, wie hat er rübergebracht. Sauber. Okay, Respekt. War nicht gut für mich. Oh ja. Genau so. Oh, 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 oh. Mann. Nein, 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 nein. Ja, ja. Ich dachte schon, da geht nichts aus. Super Joker. Oh ja. Oh ja. Wow, 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 wow. Trickshot. Das hat geklappt. Ich habe einen Punkt damit gemacht. Zeig mir mal nochmal den Trickshot. Aus Versehen war das aber. Boing. Und ich habe ihn dazu gebracht, dass er es ausschlägt. Sauber. Okay, konzentriere dich wieder. In die Ecke damit. Oh, oh, kein guter, kein guter, äh, stopp. Boaam. Lupf ihn. Wow. Oh, ich dachte, da krieg ich ihn rein. Super Joker. Mann, Mann, Mann. Boa, ich bin aufgeregt. Zack. Ja. 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 Er braucht ein bisschen beim Ausschlag eben. Merke ich gerade, der ist aufgeregt. Oh, der Looper ist soweit. Oh, der nimmt ihn trotzdem, Mann, aber ich habe nicht mehr aufgepasst. Ich habe nicht mehr mitgemacht. Ich bin, ich habe einfach nichts mehr berührt. Okay, komm schon. Gut, 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 gut. Warum will ich jetzt alles stoppen hier? Wow. Der hat ihn noch gekriegt. Sauber. Geil gemacht. Oh, oh, wie der gesprungen ist. Der Hechtsprung. A la Boris Becker. Okay. Zack. Zack. Sauber. Okay, drei zwei für mich. Super, Domac. Novak Djokovic. Serviert zum Aufschlag. Bist du bereit, Conti? Ah, war der Klapp. Nochmal. Mann. Grün. Ja, ja, ja. Sauber. Wow, hat er einen guten Return. Ja, aus. Stopper. Hier ist ein Stop. Und hier ist ein Lob. Den kriegt er nicht mehr. Ja. Wo ist meine Trophäe? Vor und zehn Lob. Okay, komm. Lobster. Matchball. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Der bringt alles zurück. Wow. Was war ein krasser Schlag. Okay. Betten wir es mit einem Ass. Oder auch nicht. Ja, 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 ja. Oh, Mann. Ei, 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 ei. Wir haben es gepackt. Okay, eine Runde weiter. Super. Ich bin stolz auf dich, Choki. Wir haben es gepackt. EC.